hallo und herzlich willkommen zu diesem let's play wild star das ist ein neues display war hier in der fest hat schon eine folge bei mir ist mich die erste folge jetzt kaputt gegangen konnte leider nicht mehr hätten aber das ist die erste folge auch eine charakterstellung das ist jetzt meinen charakter nicht mehr erstellt habe meiner serie bei mir hier und ja unterdrückt jetzt einfach mal auf erschaffen wir sagen noch wir haben den rim gewechselt kassen kasse auch da müssen wir uns den charakter neu sich sein hoffen sie ziemlich gleich aus und ja ja dann wollen wir schaffen was wir jetzt auf erschaffen ich habe jetzt schon auf erschaffen geklickt jetzt lädt er ok ich drücke jetzt auf und dann reden wir nicht hoffentlich schafft bei mir kommt schon das video ob es ist ein mächtiges imperium gegründet von den vor langer zeit verschwundenen eldan es beherrscht die galaxis jetzt schon seit fast 2000 jahren doch dann wurde nexus die legendäre heimatwelt der eldan unerwartet von den abtrünnigen verbanden entdeckt das dominion beansprucht den planeten als rechtmäßiges erbe des imperiums und so sammelt es nun seine streitkräfte und bereitet sich auf einen krieg vor jetzt hat sich das dominion auf die lange reise nach nexus aufgemacht um sein von alters her bestimmtes schicksal zu erfüllen doch das ist erst der anfang ihrer unvergesslichen geschichte so jetzt habe ich den ladebildschirm und jetzt kommt das nächste video mir legen beweise vor dass die verbanden möglicherweise unsere kronosysteme infiltriert haben um ihre verräterischen spione unter die loyalen bürger des dominion zu vermischen ich benötige einen solchen als hilfe für meine arbeit du wirst mir einen besorgen ja ma'am unsere scans haben etwas entdeckt das wie mehrere funktionierende kronokapseln aussieht keine mechanischen anomalien welche den dort genau da ja mein instinkt sagt mir dieser ist der richtige und der instinkt eines mikari ist mathematisch einwandfrei und keiner so sehr wie meiner verstanden alle lebenswichtigen organe ok soll ich mit der reanimation sequenz beginnen ja du kannst beginnen sobald sämtliche sicherheitsvorkehrungen getroffen sind im ordner wir sind einsatzbereit diese hier sieht am besten von allen aus bester physischer zustand keine anzeichen einer manipulation der geräte genau was ich brauche ja hier ist jemand mit potenzial du bist doch im video du bist doch im video amazon und dort man wir sind als die nicht ich noch im ladebildschirm erlebt immer noch was lädt noch noch nicht mal das video gekommen noch kein video kommt hält da verschwalt warum lädt es bei dir so lange bei mir ist das ganze videozeug vorbei und bei mir ist aufgefallen ich habe die sprachlautstärke runter gedreht gehabt ja schalte da die musik noch alles ein bisschen leiter leiser das wird sie mir beim rennen dann sowieso wieder höher stellen häufig wetten und so ich hoffe du kommst nächstens wie weit ist in der balken schon ich sehe keinen balken doch nur die charakterausstellung und dem mauszeiger der ein ladebalken beziehungsweise so eine windows ladebalken da hat ach du bist immer noch so hier ist eine sanduhr da als mauszeiger drück noch mal drauf hämmer drauf auf die tasten vielleicht nutzt was mehr drum noch cool weil ich bin hier schon am rum hüpfen und renne hier ein bisschen rum weil ich eigentlich auf dich warten möchte oder wollen wir hier in kurzen cut machen und dann wenn du drin bist weitermachen ich glaube es wäre fast das schlaueste serie ja man war kurzen karton und dann sieht man sich wenn cedric auch hier ist also bis nachher es hat noch ein bisschen war das für die lautstärke war wieder zurück und ich habe auch gemerkt ich habe den sound übelst zu leise gemacht von der sprache ja eben bei mir war saos hat alles zurückgesetzt wie heißen du doji doji ich sehe keinen doji 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 ich sehe immer noch keiner hat hier eine freunde die sind baileys so oder ein tostet wie heißt du denn tinky winky gibt es auch eine freundesliste müsste es gehen ja sozial ist denn das denn alles spiel ein zufügen wie schreibt man deins genau dh was die moment warum hat sie wieder aus die h ein c h h h o o o j j i i i i i i i i hinzufügen. Hast du eine Nachricht bekommen? Oh, grad. Meine Nachrichten bekommen. Post. Puppenfinder. Willst du mich mal angeben? Ah. Hier könnte es sein. Greed-Börse. Greed-Börse, cool. Kaufen. Willst du mich mal angeben? Ich guck grad. Sozial. Oh. Oh. Bei Oh. Oh. Sozial. Vorgeschlagen, Zirkel, Bilde. Ja, Kontakte sollte es sein. Kontakte. Sonst mach Spiel einzufügen, dann sag ich, wie es bei mir ist. Was buchstabili ich mir? Mich, dich. Okay, mach. T. I. Groß oder klein? Groß. I. Ja. 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 K. Ja. Y. Ja. W. Groß. Ja. I. Ja. N. Ja. K. Ja. Y. Es kommt mir bei mir das Fenster weg. Egal. Tinky. Winky. Winky. Unbekanntes Freundschaftsergebnis 38. Ah, kinky winky, akzeptieren. Ah, ist das gekommen. Er hat den Ats. Verliehen. Aha. Ein freundliches Gesicht. Jeder, der ja, Geistes, auch uns enden möchte, der kann das ruhig tun. Moment, wir nehmen noch, wir schneiden das noch zusammen. Das wollen wir nicht drin haben. Komm, wir schneiden. Wir machen von neu jetzt gerade wieder an. Weißt du, nach dem Karten schnell kannst du rausschneiden. Das passt doch, passt doch. Was passt doch? Das passt doch. Ich schneide es raus. Ich lasse es drin. Bin egal. Hey, guck mal, Gruppenführer. So, Volk verliehen. Wo ist er denn jetzt? Viel, viel, viel. Ja, wir sind wahrscheinlich nicht im gleichen... Egal, spielen wir uns erstmal auf Nexus. Also erstmal, wenn wir auf dem Planeten sind. Dann spreche ich jetzt erstmal mit der Frau hier. Spreche auch wieder mit der Frau. Bei mir ist wieder willkommen zurück hier, ja. Scheißegal. Soll ich vorlesen? Bei dir steht wahrscheinlich das gleiche. Ich weiß genau, wer du bist. Ja, lese dir mal vor. Und wo du warst. Dein langer Schlaf ist vorbei, Twinkie Winkie. Meine Dateien zeigen mir an, dass du dem Dominion von Nutzen sein könntest. Und auch dem Auge. Und dem Auge. Raus aus den Federn! Bürger, die aus dem Kühlschlaf erwachen, werden von subsensiven Gedanken geplagt. Ich benötige deine Hilfe, um sie auszulöschen. Aber ich werde dich erst einen Cerebranen-Scan unterziehen. Ich habe nichts zu verbergen. Verzögerungen wären äußerst ungelblich. Stell dich einfach in den Scan. Hab keine Angst. Wenn du nicht bestehst, wird dein Tod schmerzlos sein. Okay. Bitte beantworte weitgemäß. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Verstehst du das? Nee. Ausgezeichnet. Deine Loyalität beginnt. Hältst du gerne Zwiesprachen mit der Natur? Also ich drück ja. Was hast du gedrückt? Auch ja. Vorliebe für natürliche Umgebung festgestellt. Merkst du manchmal, dass du nach Gehirn gierst? Was hast du da gesagt? Auch ja. Das habe ich gar nicht gefällt. Das habe ich schon unverzüglich gemacht. Jetzt ist plötzlich die Stimme so laut. Und du so leise. Muss ich da alles ein bisschen runterdrehen. Jetzt war es gerade ein bisschen zu laut. So. Ja, ich bin etwas zu laut, ne? Immer. Ja, ja, nee. Jetzt geht es wieder. Hoffe ich doch. Aber als sie vorhin die alte Tante da geredet hat, war es schon ein bisschen zu laut. So, jetzt die nächste Aufgabe. Ich hoffe sehr. Du hast Neuigkeiten für mich. Ja, raus hast du. Nee, dann. Wo ist denn meine Karte hin? Ich hatte doch vorhin eine Karte. Ah, da hast du die Karte. Ja. Ist mir scheißegal. Die, die sagt nur das Gleiche. Jetzt müssen wir, muss ich jedenfalls bei dir, die werden dir bei mir gucken. Deinen Raum. Wenn du dem gewalttätige Überzeugungsarbeit leistest. So, jetzt ist gut. Jetzt muss ich Gewalt anwenden. Was sie sagen und was sie meinen. Ja. Machst du die Tutorials? Was für Tutorials? Ich mach jetzt erst mal... Ich will kein Tutorial sehen. Kein Tutorial dieser Art anzeigen. Verstanden. Ich mach jetzt erst mal hier diese Aufgaben. Die hier sind diese Quests. Was ist das denn? Ach, ich muss den verhöhnen. Ja, jetzt wird die weggebounced hier. Ganz klar. Der auch. Der hat eine scheiß Frisur. Und das ist, weil er so aussieht wie du? Den will ich aber nicht. Das ist einer meiner Rasse. Erteile unseren Feinden eine Lektion, die sie so schnell nicht vergessen werden. Fahr mit dieser Befragung fort, Tinkin. Ich bin mir sicher, dass unter dieser Bürgern ein Spion der Verdammten versteckt. Okay. Und du bist der Spion. Ich brauche Wände. Moment, ein Video. Ja, den hat sie erwischt. Ach so, war nicht so schlimm. Ja, der ist tot. Ich muss immer noch hier bleiben. Wo muss ich... Ach, jetzt da. Muss ich mit der Konsole reden? Hammer, Hammer, Alter, Alter, Alter. Soll ich noch sitzt verdächtiger Person verhören? Hab ich schon gemacht. Spürt von subversiven Gedanken, wurden mehrere Individuen festgestellt. Wachen, Eskorten und zum Modus Laboratorium. Siehst du, wie deine Quest am Grün geworden ist? Das bedeutet, dass du eine Quest jetzt abschließen kannst. Oh mein Gott. Okay. Wie mache ich das? Ach, ach so. Wenn man dann auf die Quest klickt, dann zeigt der einen, wo man durchlaufen muss. Halt das Schiff gedrückt. Ja, mach ich schon seit Anfang an. Wer bist denn du? Ah, bei mir kommen wir auch nicht mehr. Ja, wird nur erschossen. Raus aus den Schulden. Das für Neuigkeiten. Du bist ein scheiß Spoiler. Hallo Bürger. In dir ist ein Funke, der dich hören bestimmt. Wir müssen ihn hergehen und fliegen, damit daraus eine wachsende Flamme entsteht. Jawohl, mein Kaiser. Das ist noch nicht vollbracht. Rüstet euch. Das Schicksal ist mit dem des Dominik. Ah, cool, hier ist ein PC. Hast du Erfolg? Jetzt soll ich der erste Call of Duty. So wird auch das Imperium erfolgreich sein. Verraten und verbrannten. Ja, würde ich nicht Call of Duty scheiß. Verraten und verbraten. Verrat ist eine Krankheit der Seele, Twinkie Winkie. Und ich glaube, diese Krankheit kann geheilt werden. Ich möchte, dass du, Mon Gott, bei der Behandlung dieser unglücklichen Bürgern hilfst. Ich werde Tux helfen, diesen Verrat zu kurieren. Ja, bei dir wird genau das gleich gesagt. Ich bin nur ein bisschen weiter voraus. Als ob... Monter Tux ist in seinem Labor zu finden. Ich werde weiterhin deinen Fortschritt überwachen. Was? Als ob jemand dich ernst nehmen würde. Weil du Twinkie Winkie heißt, ne? Hey, Twinkie Winkie ist ein ernstzunehmender Name heutzutage. Oh, bei mir kommt ein Film. Ich fahr schon mal mit dem Bootchen. Während du noch mit dem Kaiser sprichst, was ich da gesagt habe. Da kommt wieder ein Ladebildschirm. Ach, ganz schön. Leider sind wir das gleiche. Jetzt kommt bei mir ein Film. Und ein Video. Und ein Video. Jetzt ist es schlimm mit, dass du auch mal sie gleich bei mir. Bei mir war jetzt lauter. Habe ich gut eingestellt. Ich stelle es wieder auf 90. Also 92. Dann soll es wieder gut sein. So, jetzt bin ich auf dem... Bin ich jetzt schon auf dem Planeten? Aber noch nicht mit dir. Außer Reichweite bist du. Wie kann man das eigentlich machen? Jetzt müsste ich auf eine Gruppe gehen. Wo ist der Handkoffer? Durch mit Mondo Zax muss ich sprechen. Oh. Was ist das? Mondo Zax, ich auch. Ich lese dann. Oh. Questsimbole. Neue Quests im Progress. Renter. Integrieren. Okay. Okay. Das ist wohl kein Charakter oder Objekte, mit denen du reden oder integrieren kannst, um Quests sie hinzufügen. Verstanden. Okay. Versuchsleitung? Mondo. Versuchsobjekt. Mondo hat Theorie, dass Mangel an Neulich- Unterbrechungsschutz. Reversibel sein könnte. Und zwar für an CC, an der geht sich von selbst. Zerebralen Rehabilien wurde kalibriert. Zeit für klinische Tests. Tests. Verwendet ihn, um Testobjekte loyal zu machen. Okay. Jetzt müssen wir die irgendwie loyal machen. Aber da muss ich... Ach, da muss ich drücken. Kann ich jetzt gucken, was da passiert? Ah, okay. Was muss ich jetzt machen? Hast du überhaupt der Heilige Bücher gelesen? Was für ein Geschwafel? Also das Ziel, unbehandträchtig Nebeneffekte. Das muss ich jetzt abhängen. Jetzt versuch's doch mal. Ja, jetzt musst du so ein bisschen Sachen abhängen. Das sind Testobjekte. Nein. Das ist brutal, ey. Testobjekte sind das. Ey, übel. Die brennen bei mir. Alter, bei mir ist das so ein Laserstrahl. Hast du da meine Region? Was ist das? Was kommt vor? Jetzt hat sie verjagt. Mondo richt Ozon. Elektrische Ladung vermutzt. Ah, da muss ich doch hin. Elektrische Einladung vermutlich wegen Staub und Dreckkort in Spulen. Schlampig und faszinierend. Jetzt versuch's doch mal. Also wenn du mir reinredest, muss ich ja gar nicht vorlesen. Was passiert denn hier? Ich werde euch alle in den Namen von Turek Steinbrecht töten. Lasst mich hier raus. Die leiden ein bisschen an Gift irgendwie. Mein Trainer, der bei Skalor. Körperliche Transformation von Subjekten festgestellt. Wie merkwürdig. Alter, die machen hier Objekten. Die machen hier Testversuche an denen. Berichte an Mondo. So schnell zurück. Besser gute Neuigkeiten. Keine Lust auf schlechte. Verraten und verbraten. Versuchsiobjekte verletzt, verbrannt, geschockt. Schreckliche Monster verwandeln. Keine große Überraschung, Mondo. Hat Instabilität erwartet. Mehr Kalibrierung nötig. Ich hoffe, du hast noch einen anderen Plan. Ja, hoffentlich. Oh ja, Mondo hat Pläne. Manchmal Pläne, ganz einfach, manchmal nicht. Bewegliche Ziele. Monster drehen durch im Labor. Du beweist hingegen noch einmal. Holst Waffen von Toga und tut das Monster. Geh jetzt, bevor Monster Ausrüstung kaputt machen. Ich würde diese Monster zu Strecke bringen. Eigentlich könnte ich meine Stimme noch ein bisschen verändern, wenn ich vorlese. Okay, was willst denn du? Vielleicht auch nicht. Wirst Waffen brauchen für Test. Klicke mit der rechten Maus auf die Waffe, den Inventar, um sie auszurüsten. Inventar. Attacke! Oh, ich bin kaputt. Okay. Ich habe sie jetzt ausgerüstet. Wo muss ich lang? Da lang. Ach, das ist im Fall. Da darfst du nicht reinlaufen. Laser und so scheiße. Ah. So greift der nicht an. So greift der an. Aber nicht mit den Fähigkeiten. Mit V kannst du das Zeug nehmen. Okay. Jetzt müssen wir alle killen, ne? Okay. Was macht mehr? Ach, Fähigkeiten klingt ab. Vielleicht sollte ich mal lesen, was das Zeug kann. Tarnung heraus. Okay, kann ich mehr Schaden machen? Das ist einfach eine physische Schaden-Normal. Okay, das heißt, wenn ich jetzt R drücke, werde ich unsichtbar. Dann kann ich... Mach ich dem mehr Schaden. Ja, dann hau ich ihn kritisch raus. Was kannst du denn? Also ich hab genug gesammelt jetzt. Scheiße, du stirbst du nicht. Du gewählst rum in Kürtereim. Kürtereim. Also ich hab die Zeit so einen krassen Buff. Und noch eine Pistole, mit der ich rumwollern kann. Okay. Ich hab nur die Krallen. Ja, das ist natürlich ein Dings genommen. Ja, ich auch. Irgendwie. Ich muss auch zurück. Ich hab genug Teile. Da muss ich ja nun ein paar Teile sagen. Mehr gibt's da ja nicht. Die scheiß Laser. Geht mir aus dem Weg. Aua. Ich muss da noch die Stimme noch ein bisschen lauter drehen. Scheint. Und neben... Ich kann... Ah, ich kann grundsätzlich ein bisschen lauter drehen. Du bist laut genug. Man, du beschäftigt. So schnell zurück. Besser, gut, denn euch... Blablabla. Bewegliche Ziele. Schon zurück? Nein, nein. Geh zurück in den Labor, Meisterjagern. Hingegen beweist sonst... Beweist Mondo eine Explosivität. Okay. Ach nee, da muss ich ja hin. Hör mal kurz leise. Vielleicht da ist ein Master-Gott da. Wir gehen gar nicht gestützt. Ich schaue es auch hin. Der Kaiser. Sagt mir, was ihr wisst. Das Surgenant ist in Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Bewegliche Ziele. Gut gemacht, Hinkwinki. Das ist ein Hink-Up von Dominion unter Beweis gestellt. Ich bin bisher sehr zufrieden mit deiner Leistung. Danke, mein Kaiser. Hör. Hinkwinki. Deine Reinheit, wie sie Evindra, die Rechenschaffene, vertritt, muss bewiesen werden. Geh zur Kathedrale des Lichts. Sprich mit Torek Artenvian und er wird dich anleiten. Ich werde mit Torek sprechen, mein Kaiser. Von jemandem wie euch erwarte ich nichts Geringeres. Ach, okay. Du bist natürlich schon sehr viel weiter, ne? Ich bin gerade in der Kanzertrale und knie vor diesen komischen Dingern daher. Was hast du zu sagen? Reinheitssiegt. Licht und Tron, Tinky Winky. Deine Hingabe zu dominieren, wie auch... Mich schlägst du gerade weit hin, steht außer Frage. Okay. Ich diene den Dominion. Du hast große Ehre herum. Ja. Nur diejenigen, die reinen Geister sind, können den Weg für die Bürger des Dominion erhellen. Ist es jetzt besser? Immer wachsam bleiben. Nun, da du hier bist, wird mein Bruder Kalidor dich in den heiligen Prinzipien unterrichten. Die des Dominion zusammenhält. Ich werde mit Kalidor sprechen. Niemand ist besser als Kalidor, um dich in geistlicher Angelegenheit zu unterrichten. Gut, ich muss meine Stimme wirklich noch ein bisschen feiern dann für diese Charaktere, ne? Die Gläubigen dienen ohne zu fragen. Lern! Lern einmal über unsere Weis, unsere Tugend und die Epikonen und sie, jetzt ist der Scheiß schon weg. Epikonen, die sie vertreten. Nun, dann biet die Patricia selbst dir ihnen Segen geben. Okay. Was will der von mir? Hallo. Gut. Ah, da. Der will jetzt sprechen. Der will was von mir. Mit etwas, äh... Alle, die den Glauben waren, sind hier willkommen, Kind. Jetzt, was will ich dem jetzt? Ich kann man knien. Wie geil, was hast du denn? Was habe ich gerade gemacht? Wie kann man knien? Ach, da muss ich ihn knien. Moment. Ich muss dann auch noch schnell ein bisschen auf mich warten. Wenn ich ihm alles vorlese, habe ich ein bisschen länger. Als du. Ah, was? Das ist gerade ein Vlog. Aber doch nicht. Einfach sagen, das werde ich dann auch haben. Plötzlich. Ach, das war nur ne... Das war hier nur so das Handy, was immer so klingelt und sagt... Ring, ring, fest für dich. Du ersuchst den Segen der Kirche. Und hier unten kann man auch sehen, wenn man zweimal die Tasten nach vorne und zur Seite macht, kann man hier... An dieser 1, wo hier die 1 ist, sehen. Zum Beispiel jetzt mache ich das mal zur Seite. Toll. Achso, das geht nur, wenn man hier... Das geht doch auch zur Seite. Genau so. Dann geht diese Zahl von 2 auf 1. Wenn man es halt nochmal macht... Dann auf 0. Ja. Dann auf 0. Glasnuss Dominions verleihen diese Pilgräse Licht und die Führung der Edda. Das sieht er. Und sein sicherer Mond. Ja. Sein sicherer und einträglich reisen nach Nexus. Ja, ja. Was sie sagen wollen, als man hört, ist nicht das gleiche. Was hast du? Immer wieder wachsam bleiben. Dieser Kaiser ist nicht leicht zu beeindrucken. Und ich ebenso wenig. Geh nun und lerne mehr über die Kirche. Was ist denn bitte schon ein Account? Ich hab da auch nichts an. Manche nennen mich bla bla bla. Jetzt ist mir gerade scheißegal, was der sagt. Weil der irgendwie nichts mehr für mich hat. Jemand versucht dich über InfoGeorge zu erreichen. Und wo ist das? Ein Zirkel? Was ist denn bitte schon ein Zirkel? Gut, du hast es geschafft. Noch viel zu tun. Okay. Was ist für die Kundschaft der Gesellschaft? Du Kundschaft der Bäh. Nicht gut ausgebildet. Tinky Winky schlechter Kundschaft der. Sehr schlecht. Triff Krobutz. Dann, du bereit. Krobutz, zeig dir, wie richtig Kundschaften wird. Ja? Ich werde dich aufsuchen. Krobutz, gib dich direkt vor Kathedrale des Lichts. Krobutz, wartet. Wo ist denn der? Ich bin bei der Kathedrale des Lichts. Ah, cool. Das sind wohl es also richtig für mich. Ich habe einen russischen Schatten gelacht. Das Dominanz ist Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Immer wachsam bleiben. Ein Segen von... Ein Segen von... Woran der Kathedrale ist ein seltener Geschenk. Mit der Müsse bei mir selber lesen. Vieles muss noch vollbracht werden. Sag, wenn du fertig bist. Ah, cool. Was ist das denn? Bist du fertig? Ja. Dein Video? Selbst diejenigen, die die reinen Herzen sind, können nicht blind durch die Dunkelheit wandeln. Geht zum Imperium Museum und sucht Lady Artemis 10 auf. Sie bereitet gerade eine Ankündigung vor. Ich werde auch mit ihm ein bisschen aufsuchen. Jetzt habe ich neue Hosen. Ach nee, noch nicht. So, jetzt spreche ich erstmal mit dem Kundschafter bei mir. Die Symbol zeigt an, dass deine Objekte oder die Ernstbesitz für Pfadmissionen für Kundschafter wichtig ist. Interagiere mit ihnen, um neue Missionen und Geheimnisse freizuschalten. Verstanden? Du bist es gut, gut. Dann bitte die Embellung, Junge. Gut, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Nicht viel zu tun. Was ist für die Kundschaftergesellschaft? Du bestellst erster Test, findest du Gruberts in Halle der Wachsamen. Kundschaftsgeschäfte, Konten, Kolf, Kartografieren, ganzen Exos. Sehr glücklich. Vielleicht stirbst du sehr, stirbst du sehr bereit. Wie geil. Kannst du kaum erwarten. Was? Gleich, wenn du Level Up machst, ey. Das kommt mega geil rüber. Wenn du Wasser machst. Level Up. Wie geil. Blablab, hab ich noch nicht. Hier kann man so ein Attribut helfen. Bin da noch beim Museum. Muss ich gleich hin. Du bist schon, Arzt kommt bei mir im Video. Ah, nee, trotzdem nicht. Du bist mir schon extrem voraus. Muss man mit mir halt ein bisschen Geduld haben, wenn ich dir einmal alles vorlese. Ja. Gewand der Eisheit lesen. Diese heilige Gewand wurde eins von Eviea, die recht geschaffen hat, getragen. Tochter von Dominance, dem Halbblut und einer der sechs Epigonen, die nun von der Kirche der Wachsamen vererbt werden. Und hier sind scheiß Japaner unterwegs, die alles fotografieren. Ah, da ist sie ja. Hallo, Alt-Olle. Wie schön, dich zu sehen. Wie war nochmal dein Name? Das Imperium Museum. Ja, genau so heiß ich. Du bist also der, der über die Kaiser so viel redet, hm? Siehst ja nicht so viel aus. Aber das ist egal. Wenn er will, dass du lernst, dann wirst du lernen. Hose der Volksschaft. Hose der Volksschaft nehmen. Du bist ein duf aufgestiegen. Ihre Leistung süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, was da? Level up, ey. Leider ist in diesem Ad-Mikon der folgende Fehler aufgetreten. Oh ja. Das freut mich sehr. Ein weiterer Fans begegnen. Ja, willst du lesen oder soll ich? Ich bin weiter hinten. Ich glaube, ich lese. Und darf um Wissen. Man hat mich gebeten, dir zu zeigen, wie man Informationen findet. Und zusammengetragen zu diesem Zweck. Musst du in den Sammlungs-Imperium Museums nach Büchern und Zeitschriften suchen. Ich schau mich mal um. Hoffentlich ist das gut. Kann ich hier irgendwas machen? Bist du auch im Museum und musst das Zeug angucken? Ich habe gerade ein paar neue Skills bekommen. Ja, ich habe einen bekommen. Ich lese. Lieber Leute, die, die wissen wollen, was hier auf den Büchern steht im Einmuseum, die können das lesen von mir aus. Könnt ihr die schnell anhalten und lesen. Denn mich interessiert das eigentlich gerade nicht. Ja, von Atemberaubend, Schönheit, von Stärke und weiß ich was. Ist mir eigentlich noch egal. Der andere kommt da. Selbstverständlich bin ich Atemis 10, ja. Er zu, als Blutpunk, ja. Ritualschwort, Dreik, Kaiser, Ach, Sonne, Ewig, Treue und nannte den Erobern. Komm mal, bitte, hör auf diese. Seit der Zeit haben die Dreigen des Imperium Treue gedient. Die Grosslegion der Dominion zu Zahlos und Sieg in die gesamte Galaxis geführt. Uh, schön. Ich will meine Belohnung. Glückwunsch, du hast eine neue Stufe. Jede Stufe schaltet deine Funktion und Bohnen frei. Du hast voll und freigeschaltet. Neuer Lastplatz freigeschaltet. Was ist denn Lastplatz? Kenn doch mal die Welt, du Bot. Wat? Ja, Mami. Ach, jetzt kann ich das lesen. Hm. Ich bin hier. Fluss, Keiß, bla 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 bla, Dreiken, bla 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 bla, Dominion, bla 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 bla. Auf Wieder im Kreis, oder wat? Ich bin noch nicht im Kreis laufen. Ah, habe ich schon gelesen. Ist scheiße. Muss ich da die ganze Bibliothek scheiße lesen? Ne. Da muss ich nur ein kleiner bestimmter Teil lesen. Ach du, Oller, warum sagst du dir das nicht? Drücke leer, um einmal gängige Abstande zu nehmen, und zweimal für einen Doppelsprung. Ja, das wusste ich schon. Ah, cool, jetzt kann ich ein Englisches kennenlassen. Sind wir gleich bei dem gleichen Ort. Ah, cool, jetzt kann ich ein Englisches kennenlassen. Ah, guck mal, da ist ein Buch. Er hat etwas gescannt. Okay, was macht das? Was konntest du? Wenig bescheide Anfänger, okay. Du hast schon ein Ding, bist du schon mal ein Ding gewesen, dass du da, was hattest? Wie hast du denn dein wissenschaftlicher Raumhauter schon bekommen? Hast du den schon von Anfang an? Ja. Hast du den schon von Anfang an? Den habe ich jetzt nach der Hose abbekommen. Kennen wir das. Ach so, okay. Ach, das habe ich natürlich nicht. Das neue Wissen erhalten. Klick um das Symbol, um mehr über die Welt der Fans. Weil es ist auch zu erfahren. Okay. Also, das ist ich nicht vor. Die Vorsehung erwartet dich. Hallo Fans von Action-Abenteuer, Comedian, Liebesgeschichten, Action-Spaß-Abenteuer. Hier ist der Herausgeber, der nicht bin. Stell nicht so viele Fragen, denn du hältst eine Aufgabe der besten Action-Abenteuer in Zeitschriften. Die kannte Galaxie in den Händen. Geschichte von jenseits der Grenzzone. Wer das lesen will, kann ihn kurz anhalten. Kann sich das durchlesen, weil das wäre echt zu viel. Oder? Ja, ist garantiert zu viel. Würdest du auch nicht lesen wollen. Das, das, so viel lese ich nicht vor. Die Hauptmissionen sind okay. Aber, bitte auf. So was nicht. Bitte auf mit dem Vorlesen. Ich glaube, die Schüler wollen das nicht, dass man das lest. Doch. Wenn das Handbuch des Galaxie-Kundschaften habe ich ja schon. Ich finde es ja so, wenn die etwas länger zeigen, damit, wenn die Zuschauer es tatsächlich lesen wollen und hören wollen, dass sie kurz das Spiel halt anhalten und sich das dann auch selber durchlesen können. Okay, wahrscheinlich machen. Ich habe das Handbuch gefunden. Warum will das jetzt nicht gehen? Nee, ich will nicht sitzen. Ah, jetzt bin ich runtergefahren. Glück, 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 Glück. Ich habe das Handbuch gefunden. Das interessiert mich aber an Dreck. Ich habe das Handbuch gefunden. Ach, da ist das Buch. Und hier, dieser kleine Balken, ist übrigens die Sprintleiste. Wenn man sprintet. Welch kleiner Balken? Ach, da, bei dem 1 und 2, oder? Hey, der Balken, wenn man die Schifftaste drückt und dann sprintet, dann geht da so ein kleiner Balken runter. Hey, guck mal, da war was. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, den kleinen Balken, wo ist denn der? Ja, das ist bei dem Charakter, wenn du die Schifftaste drückst, der nach unten geht, beim Sprinten. Ach ja, ach ja, da ist er, ja, den habe ich schon gesehen. Warum habe ich... Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Tut mir leid. Du bist es. Hey, willst du sehr cool? Oha, wie gibt es denn da denn zu lesen? Ach, jetzt muss ich... Jetzt muss ich mit dem... Ja eben, das ist das, was ich sage, der lese ich dir vor. Dies ist ohne Frage das bedeutendste wissenschaftliche Experiment in der galaktischen Geschichte. Und es steht für den vorläufigen Höhepunkt. Okay, das Buch könnt ihr auch lesen, nur Bildschirme anhalten, dann ist es in Ordnung. Ja, scannen wir. Umgebung von Wissen. Ja, scannen. Los. Vielen Dank, ladies' Sinn. Das ist eine gute Arbeit für dich. Gut, aber was die Gespräche, ich kann nicht hervorlesen, das sind ja nicht so viel. Einfach die Hauptmission, meine ich. Sende bereit. Mein Produzent hat sich verspätet und die Kamperanz müssen aktiviert werden. Sei so gut und mach sie bereit. Und dann spreche ich mit meinem Namen in meiner treuen Fans. Gut, dann los mit dem Küsschen. Ich hab noch gern, ladies' Sinn. Küsschen. Für das Dominion. Hallo, Kleiner. Ja, ja, ladies' Sinn ist wunderbar. Auf Nexus wird das Dominion seine Bestimmung erfüllen. Jetzt wisst halt, während der Eltern wünschen von Kassels Al-Ebenin-Vermächtnis ist. Als solches die... Ah, leck mich. Der Kaiser spricht zu mir, aber der sprengt mir zu schnell. Uh, da gab's Falschhaken. Gibt's Falschhaken? Hm, Falschhaken. Okay. Nö, jetzt muss ich da wieder nach oben. Jedenwo ist noch so ein verstörter, kleiner Mongofen. Ach, da drüben ist er. Da bin ich schon ein bisschen weit da, aber warum hab ich dich denn überholt? Ja, ich koche vor Wut. Ihr kannst mich sehen. Da hat sie... Der Inbegriff der Jäger und Soldaten. Sie weiß auch nicht, Dominion mit furklosen Kriegern und brutal Stärke. Ne, ich glaube nicht. Lohnen dann, komm. Bücherwurm. Ich höre. Außer Reichweite bist du. Sendebereit. Mir krieg ich kein grünes Licht, Twinkie. Tink, Twinkie. Warum krieg ich kein grünes Licht? Du hast doch noch mit unseren Kameradors gekümmert. Hm, können diese Dinge irgendjemand was? Was ist mit meinem Fans? Hm. Jedenwas habe ich vergessen. Finde Kameradors Doc. Da ist er. Der Fotograf. Boah, wie viel sie so bescheuert sind. Ach da, du musst nachher alle Kameras finden. Oh, ich spoilere. Wo ist denn der letzte? Das ist der letzte. Jetzt kommt ein Video bei mir. Tolle Brüste. Ne, Entschuldigung. Weisst du was? Wir sind mal an der Zeit. Oh, sorry. Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Die Dominion ist ein Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Du hast bewiesen, dass du über eine ausreichende Massenwissen verfügst, Bürger. Ich merke auch, dass Artemis sehr von dir angetan ist. Schild der Volksschaft. Die Reise eines Helden ist niemals zu Ende. Nun müsst ihr eure Stärke prüfen, Tünki-Winki. Kampftraining für Vorgerschrittene. Leute, es tut Dominion oftmals dazu gezwungen, Gewalt anzuwenden, um die Stabilität des Imperiums zu gewährleisten. Seid ihr bereit, euren Können an der Waffe unter Beweis zu stellen, Bürger? Jawohl, mein Kaiser. Allgroßes in euch enttäuscht mich nicht. Der Kriegstreiber wird die Stärke in die Holokammer vor der Vorschmelzung messen. Ähm, es ist übrigens, zum sagen, es ist wieder an der Zeit, dass wir, ähm, einen Cut machen. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Und ich finde, da kann man gut mal einen Schnitt machen, oder? Eine halbe Stunde schon? Oh, dir heult. Können wir gut einen Schnitt machen, würde ich sagen. Machen wir einen Schnitt? Machen wir einen Schnitt, Sadi? Machen wir einen Schnitt, Sadi? Er, der Unset Ricks. Er, der Unset Ricks. Hallo? So. Ja. Hallo? Mach, mal einen Cut, ne? Ja, mach mal, mach mal. Cut. Ja, wir machen einen Cut. Okay. Okay, dann zieht man sich beim Kampftraining das nächste Mal wieder. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Und dann kommen wir endlich mal zusammen spielen, hoffe ich mal. Also. Bis später.